Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Mist Survival. Ich hatte in der letzten Folge gesagt, ich werde offscreen ein bisschen farmen. Ja, ich war gerade mit dem Auto unterwegs, habe Metall gefarmt. Vier Stück. Grund, meine Axt ist kaputt gegangen. Das heißt, wir müssen uns erst einmal eine neue mitnehmen und außerdem wird es gleich Nacht. Das heißt, wir müssen dann erst mal schlafen gehen. Ein bisschen Stoff habe ich noch gelootet und ein paar Steinchen, ein paar Stöckchen, die da drin sind und Federn für Pfeile. Die haben wir hier. So, dann nehmen wir uns gleich noch das hier mit und das werden wir gleich brauchen, wenn wir die Nacht überspringen. Hier fehlt uns das, hier fehlt uns das, hier fehlt uns alles und da fehlt uns nichts. Doch, der Hammer. So, da müsste nur noch eins dann fehlen. Zwei, okay. Ist tragbar, das werden wir uns dann später besorgen. So, wir gehen erst mal die Nacht überspringen, denn es wird hier gerade wirklich dunkel. 18, 19, 21, 23, 24. So, sechs Stunden habe ich geschlafen bis 24 Uhr. Klappt und nochmal sechs, so. Ja, und da hört es einfach mal mittendrin auf. Wir bleiben und noch eine Stunde liegen. Sicher ist sicher. So, ganz schnell was essen. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder Duras. Dafür ist die Cola da. So, hier draus bringen bestimmt gerade wieder ein paar Verbrannte. Ja, da hinten liegt einer. Gleich mal lupen gehen, wenn er was hat. Ah, hier liegen sogar zwei. Und oh, das ist gut. Zucker, ja gut, nehme ich in Kauf. Äh, das sind doch immer drei. Wo ist Nummer drei? Wo liegt der Arsch? Nirgendwo. So, ein Penner. Los, wir brauchen Metall. Ansonsten fahren wir nochmal Richtung, keine Ahnung wohin. Na, hau zu. Junge. So, Kofferraum. Uff. Erstmal alles rein hier. Hallo, du setzt auch rein. So, fahren. In welche Richtung fahren wir denn? Wir fahren da lang. Nicht zu den Banditen, ganz im Gegenteil. Ich weiß, dass die hier gleich kommen. Wir haben ja jetzt nämlich... Äh, hallo? Was macht mein Auto hier? Äh, das ist doch ein schlechter Scherz gerade hier, oder? Äh, hallo? Äh, hallo? Äh, hallo? Äh, hallo? Ja, ich habe mich hier gerade halt einfach mal festgefahren. Aber nichtsdestotrotz wir kacken auf das Auto. Raus damit. Raus damit. Raus damit. So. Essen. Raus damit. Die Reifen brauchen länger als der Motor. Warum das? Raus mit dem Reifen. Denn hier ganz in der Nähe steht ja noch dieser eine Pickup Truck. Dann holen wir uns einfach den. Wobei ich nicht ganz weiß, ob der überhaupt... Äh, hallo? Warum? Jetzt habe ich das hier. Lol. Das war mein schöner Bug. Das dahin. Ein Schluck Kaffee zwischendurch. So, dann das da. Einmal abpumpen. Das da einmal abpumpen. Und das da einmal essen. Dann haben wir wieder Platz für den nächsten Reifen. Mal abpumpen. Wir müssen mal gucken, ob der Pickup auch so einen schönen Kofferraum aufbewahrung... Dingsbums hat. Der Reifen ist hier immer noch drin. Warum? Jetzt ist er ab. Äh, lass mich hier hoch, Mann. So. Ganz schnell mal das hier in die Hand nehmen. Ähm, hier war kein Auto. Ah, hier hatten wir auch schon komplett geloodet. Da unten haben... Ne, das war auch nicht. Das war unsere allererste Base. Und hier liegt schon wieder eine Säge rum. Läuft. Das ist bestimmt ein Bug. Aber wir nutzen... Werden diesen mal nicht ausnutzen. Wie auch immer. Da, Auto. Und... Och, das ist wieder so ein... Großes Ding. Das ist gut. Ähm, Motor. Rein. Batterie. Rein. Zündkerzen. Rein. So, Benzin. Füllen. So. Ja, das sollte eigentlich eine Farming-Tour werden. Und was passiert? Ich farme mich fest. Das ist sowas von Shane. Ähm... Hier, nächstes Rad. Ich verliere schon wieder ganz schön an Durst. Und das letzte Rad. Auto fertig. Stein mitnehmen. Kofferraum. Das. 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 Wir müssen auch noch die restlichen Slots hier freischalten. Da müssen wir mal gut aufpassen, ob wir irgendwo ein paar Rucksäcke finden, die dafür geeignet sind. So, das ist einfach nur ein Blatt. Das wollen wir nicht. Geht nicht. Geht nicht. Das geht aber. Ja, wenn es noch nicht so lange dauern würde. Ja, ne. Es dauert und dauert. Und es hat einmal geleckt. Ist aber mittlerweile bei mir nichts Neues mehr. Äh, hallo? So. Nein. 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 Schade. Aber das hier. Ja. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen noch ein paar Ersatzteile fürs Auto raus. Schlecht wär's nicht. Äh, bop, 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 bop. Ja. Komm, weiter. Noch einmal. Nein, leider keine Ersatzteile. Ist aber auch nicht so schlimm. Oh, Stein. Meine. Jetzt müssen wir aufpassen, denn... Was ist denn? Was steht denn hier oben? Au, das tat in den Ohren gerade weh. Da hinten geht's zu den Banditen. Hier waren wir schon. Also fahren wir mal weiter. Au, was ist denn? Bär? Keiner da. Auto ist leer. Da haben wir was drinnen. Hier ist noch ein Auto. Leer. Dann geht es jetzt weiter. Ach, stimmt ja. Hier unten kamen noch die zwei Gebäude. Hier haben wir auch mal loot, ne? Hier war ja auch noch ein bisschen was zu finden, ne? Äh, wisst ihr was? Ein Brett, dann nehmen wir jetzt auch einfach mit. Das macht sich dann später, um so leichter was herzustellen. Aber hier liegen halt nur noch Bretter rum. Ja, das kann man auch immer gebrauchen. Oh. Neun Millimeter. Ja, und die Türen einmal aufmachen, damit wir Bescheid wissen, wir waren hier drinnen. Das geht nicht. Hier haben wir noch Loot drin, das ist sehr gut. Benzin ist weg. Dann geht es einmal weiter. Die Steine lassen wir jetzt einfach mal liegen. Ähm... Ja. Ja. Wo fahren wir jetzt hin? Hier kann man abbiegen und hier ist zu. Ja, da ist ein Abbiegeschild. Au. Und irgendwie ist das zu weit nach hinten gebaut worden. Oh, Bern. Okay, dann passen wir mal auf. Aber hier ist wieder was. Da stehen Autos. Oh, das ist ein Lagerhaus. Schön, da werden wir gleich mal reingehen und gucken. Vorher gucken wir aber mal hier. Der hat nichts drinnen. Nicht mehr Benzin. Der hat einen Swathelm. Läuft. Damit hätte ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Und der hat wieder hier eine... Ja, Antibiotika ist das. Genau. Äh, hier. Der hat auch kein Benzin drinnen. Was soll ich sagen? Es läuft gerade irgendwie hier. Ganz schnell das Inventar leeren, bevor wir hier reingehen. Ich denke mal, da wird guter Loot drin sein. Äh, die Cola behalten wir jetzt mal. Ich glaube, so viel kann ich gar nicht mehr mitschleppen. Muss ich vielleicht doch einiges wegschmeißen hier. Der Stein kann noch rein. Das trinkt man schnell. Ja, und dann gucken wir hier einfach mal ein bisschen rum. Naja, Stoff nehmen wir vorsichtshalber mal mit. Aber recht, Interess. Oh, 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 oh. Ich hab da was da hinten. Eins, zwei, drei. 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 Sohn Idioten drin. In so einem verlassenen Haus. Hier ist halt auch einfach nichts mehr. Kann man die von hier oben abschießen, ne? Schade, geht nicht. Das wäre geil gewesen, ne? Oh, 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 oh. Okay, da werden wir uns noch kniffen. Das merken wir uns aber fürs nächste Mal. Aber da hinten ist noch ein Haus. Oh, oh. Das kann man sich aneignen. Okay, das wollen wir aber das erste Mal nicht. Ähm, ne Axt? Nein, schade. Oh, doch, hier. Und ein Brett. Nichts weiter. Ja, gut. Äh. Da ist ein Hochstand und Bärenattacke. Okay. Ja. Ob wir das noch weitermachen? Ähm. Rumfahren, erforschen, denke ich mal schon. Aber ob wir da hochfahren, wo es eventuell Bären geben könnte, weiß ich noch nicht. Das war es aber mit der Folge. Ich renne jetzt nur noch schnell hier hinter. Wegen Thumbnail. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst einen Kommentar da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Bleibt uns spannend. Genießt den Tag. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Bis zum nächsten Mal.